Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Montage, 22. April 2024, 19.04 hier auf Islaluk. Ach ja, wenn ihr euer Zuhause mit neuen Teppichen oder Tapeten gestalten wollt, Aziza besucht uns. Sie verkauft einzigartige Designs, die es nie sonst gibt, was sie wohl heute mitgebracht hat. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön, liebe Melinda. Und damit hat Leo Lohnrecht herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Aziza ist da. Bedeutet für uns, wir machen unsere einfache Runde heute. Und Gartenwasser, nehmen wir mal mit. Froschstuhl, Flamingoblume, die ist eigentlich für mich zuhause. Fienchen. Behalten wir mal. Froschstuhl, Gartenwasser. Mal schauen, ob wir den bearbeiten können. Ui. Dreimal weiß, zweimal gelb, zweimal grün. Haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Sieht auch gut aus. Schauen, ob wir Wasser bearbeiten können. Ne. Ok, dann. Lass uns mal. Was? Oh, was ist das? Was ist das? Da, was sind wir? Was ist das? Schubkammer Passt Ich glaube wir werden auch heute nichts finden hier, aber let's see Ich finde es so glüh, weil es so schwebt Sich jetzt nicht schlecht auch schon die Brille, aber sie schwebt halt so Ne, nichts für mich dabei, leider So, weiter geht's Jetzt und jetzt los ich glaube das bringt nichts weil das nicht die richtigen Farben sind die wir brauchen zum züchten das ist doch Peter, ja wohl nehmen wir mit nie zerschöpst das ist gar nichts los ist fast langweilig das ist gar nichts los ist so weiter geht's nicht lange rum fackeln so Toller Fisch. 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 Fisch. Toller 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 Fisch.